Musik Eine barocke Reise durch die Welt. Jean-Philippe Rameau's Ballettoper Les Saints Galantes am Staatstheater Nürnberg. Musik Weil in Europa Krieg und Egoismus herrschen, zieht es Amor in die fernen Länder. In die Türkei, nach Peru, nach Persien und in die Wälder Nordamerikas. Gibt es hier weniger menschliche Gier? Steht es hier besser um die Liebe? Musik Laura Scozzi hat Les Saints Galantes mit Solisten-Geräusern veröffentlicht. Tänzern und Chor auf die Bühne gebracht. Rameau's barockes Musiktheater wird dabei zum aktuellen Porträt unserer heutigen Welt. Musik Tänzern und Chor auf die Bühne gebracht. Tänzern und Chor auf die Bühne gebracht. Tänzern und Chor auf die Bühne gebracht.